Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil auf meinem Kanal. Die letzte Folge ging ja ein bisschen kürzer, das werde ich auch nachholen die Zeit, ich werde jetzt standardgemäß jetzt erstmal die Batterie einsetzen, draußen bei den Aufzügen, werde dann gucken, wo mich das alles hinbringt, ob es mir jetzt weiterbringt, aber ich habe eine gute Nachricht, sobald ich mich auf den Weg in Richtung Labor mache, bekomme ich Hilfe von meiner Partnerin, also dann offiziell auch mit Mikro, das hat sie mir gestern versprochen, denn da kriege ich das nicht hin. Achja, ich brauche ja das Wappen wieder, um da hinten hinzugehen. Ja, was gibt es sonst Neues? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ob das jetzt bei mir im Kopf so geblieben ist, wie ich mir das angeguckt habe, weiß ich nicht, werden wir gleich herausfinden. Ich fühle mich zwar jetzt ein bisschen sicherer, wie ich hier etwas angehen soll, aber man merkt es aber auch schon an den Aufnahmen, ich bin mega unsicher. Ich habe Angst hier irgendwie etwas verkehrt zu machen, aber passiert halt mal, ne? Metallobjekt oder Steinmetallobjekt, ich denke mal das hier muss ich mitnehmen. Dann werden wir das Wappen da gleich einsetzen, damit wir durch die Tür wieder können. Und dann die Batterie einsetzen, dann können wir somit in die Küche wieder fahren. Hoffe ich. Wenn nicht, dann habe ich echt irgendwie ein Problem. Aber ich gehe mal davon aus, dass das dann auch so passt. Ja, das Wappen passt auch. Man hat gehört, die Tür lässt sich öffnen. Ich hoffe, dass jetzt mit der Batterie reicht so. Nicht, dass ich da noch irgendwas anderes für brauche. Aber denke ich mal nicht. Dann gehen wir hier mal lang. Lassen das Wasser gleich wieder abfließen. Ach, das Wasser ist ja noch abgeflossen. Noch besser. Zeit und sogar, äh, spart uns sogar Zeit. Hier bei den Schlangen werde ich jetzt mal versuchen, ohne zu beißen oder zu zwicken, hier durchzumassieren. Immer wenn ich sage, ja, übertreibt es nicht. Immer wenn ich sage, passiert es. Vielleicht halte ich das nächste Mal einfach mal meine Fresse. Vielleicht komme ich dann da mal ohne beißen oder zwicken durch. In der Naubdauer ist es schon schädlich. Aber ich bin auch gesund. Ist immer ein gutes Zeichen. So. Da müssen wir nämlich jetzt die Batterie einsetzen. Die Stromversorgung für den Aufzug wurde wieder hergestellt. Jawoll. War das der Aufzug? Konnte ich vorher mit dem Aufzug fahren? Ihr werdet ja gleich sehen, wo ich rauskomme. Ach, hier bin ich. Ah. Aber bringt mich jetzt aber auch grad nicht sehr viel weiter. Warte mal. Ähm. Genau. Ich muss das Wasser jetzt ablassen. Also ne, wieder aufsteigen lassen. Dafür habe ich ja die Kurbel mitgenommen. Dann hört nämlich der Wasserfall auf. Und ich kann dann mit dem Fahrstuhl nach, oder Aufzug nach unten fahren. und kann dann weitermachen. So wie man sich das eigentlich vorstellt. Das ist jetzt mein Plan. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Ja wunderbar Jill. Hat du fein gemacht. So. Dann geht es nämlich jetzt hier wieder zurück. Mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. Und das Problem ist gelöst. Äh lala. Welcher Fahrstuhl war das jetzt? Der hier hinten, ne? Ja. So. So. Es geht wieder nach unten. Und dann. Können wir hier rein. Oha. Es wird dunkel. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ah. Okay. Äh. Gucken wir mal was hinter der Leiter ist. Äh. Ich höre da was. Guck mal hier. Was hier hinter ist. Oh. Äh. Ne. Ich geh erstmal zur Schreibmaschine. Weil jedenfalls. Ich hoffe dass da dann auch so eine Kiste ist. Ähm. Hier haben wir nochmal Kraut. Äh. Blaues Kraut. Nehmen wir mit. Das ist immer ein Zeichen dass hier irgendwie was ist. Was mich vergiften kann. Ist mir mal so aufgefallen. Ähm. Das packen wir da mal hin. Die Medaillen brauche ich jetzt noch nicht. Ähm. Brauche ich sonst noch was? Ne ne. Ne. Eigentlich. Ich hab das Wappen nicht mit. Das was ich grad für die Tür einsetzen musste. Aber das ist jetzt egal. Ach. Was weiß ich. Ja. Äh. Kombi. Achso. Das kann ich gar nicht mehr kombinieren. Okay. Dann lass ich's. Dann packe ich das rote Kraut wieder rein. Und. Und. Was haben wir hier noch so. Genau. Ich werd das jetzt hier noch einmal vorsichtshalber abspeichern. Einfach. Für die Sicherheit. Achso. Da hab ich sogar ein Farbband. Äh. Eine alte Schreibmaschine. Ja. Äh. Farbband verwenden. Ja. Wollen wir. Äh. Da. Und dann wollen wir auch gleich mal gucken. Was es hier in den Katakomben so alles gibt. Also viele wissen's ja. Ich kann mich auch noch an ein paar Sachen erinnern. Bin ich ja auch recht ehrlich. Ähm. Aber. Es gibt halt auch viele. So wie. Ähm. Zum Beispiel meine kleine Schwester. Die guckt sich das ja an. Das boi. Warum brauch ich die Kugel denn jetzt nicht? Da ist ein sechseckiges Loch. Ja. Und meine Kugel hat wie viel? Quadratisch. Achso. Okay. Fehlen zwei Ecken. Ähm. Kann ich denn da trotzdem lang gehen? Ne. Oh. Ist doch. Das ist doch scheiße jetzt schon wieder. Ja. Na dann. Geh ich dann doch erstmal hier durch die Tür. Und lass mich mal überraschen. Was es da alles so gibt. Ah. Genau. Das ist das hier. Äh. Nehmen wir das mal mit. Ja. Säuregeschosse. Also. Ein großer Felsbrock. Versperrt den Weg. Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken. Ja. Eigentlich. Sollte der mir jetzt entgegen kommen. Denn das weiß ich nämlich ganz genau. Weil ich das nämlich das erste Mal gespielt habe. Bin ich nämlich stumpf stehen geblieben. Und danach war ich tot. Oder ist das doch. Ach. Ich geh dann da runter. Guck was es da unten gibt. Ich meine nämlich dass das nämlich der war. Ähm. Wo ich beim Durchspielen gestorben bin. Bis dahin auch das erste Mal dass ich da gestorben bin. Ähm. Hier haben wir noch Heilung. Fanden die auch mega mega ärgerlich. Sonst kam ich eigentlich recht gut da durchs Spiel durch. Aber genau da. Hatte ich dann halt. Ein riesiges Loch. Wofür das wohl gegraben wurde. Weiß ich auch nicht. Ja. Magazin brauche ich ehrlich gesagt. Jetzt gerade nicht mehr. Ich geh jetzt auch erstmal wieder zurück. Ähm. Zur Kiste. Mach mich leer. Von wo kam ich denn jetzt. Von da oben. Das heißt ich muss hier lang. Ne. Hier. Hier bin ich auch falsch. Ah. Ja. Und jetzt da lang. Und dann bin ich nämlich hier wieder bei der Tür. Wo ich. Ich. Zur Kiste komme. Da brauche ich dann auch mal eine Säuregeschosse erstmal wieder rein. Äh. Mein Magazin brauche ich jetzt erstmal sowieso nicht. Denn ich laufe ja hier grad nur mit einer anderen scharfen Knarre rum. Bei der ich mich ehrlich gesagt sogar noch sicherer fühle. So. Äh. Da im Magazin packen wir auch weg. Ähm. Die Kurbel lasse ich auch hier. Brauche ich jetzt nicht. Denn irgendwie habe ich hier anscheinend die falsche Kurbel mit. Äh. Wo zwei Ecken fehlen. Dann. Heilung nehme ich vorsichtshalber mal mit. Äh. Hier haben wir wieder. Die Tür. Und dann. Ich probiere das jetzt hier nochmal. Oder muss ich dagegen rennen. Aber irgendwie. Ne. Ne. Gegen schießen würde ich jetzt auch nicht. Weil. Ja. Munition brauche ich noch. Ich frag mich grad wie ich das das erste Mal lösen konnte. Dass der. Felsbrock quasi runter rollt. Ähm. Und mich da vernichtet hat. Genau. Hier wollten wir noch. Oder hier wollte ich jedenfalls nochmal hin. Denn hier bekommen wir nämlich auch noch was. Die Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen. Jawoll. So. Da haben wir nämlich jetzt die Röhre. So heißt das hier. Das prüfen wir einmal. Da steht nämlich alle die die in Mathe damals aufgepasst haben. Wo es dann mit den romischen Zahlen heißt. Haben nämlich hier mit 1, 3, 2 und 4. Ja. Also 1, 2, 3, 4. Ähm. Daran kann ich mich wohl noch erinnern. Aber ich kann mich grad nicht dran erinnern wo ich das einsetzen muss. Äh. Darin ist ein leerer Platz für eine Zylinderröhre. Anscheinend fehlt etwas. Okay. Das heißt ähm. Wir müssen rumexperimentieren. Hier haben wir jetzt noch eine Tür. Ah ne das ist die Tür wo wir gerade durchgekommen sind ne. Dann gehen wir hier mal lang und gehen durch die andere Tür. Äh. Diese Tür da. Und dann gucken wir mal. Was uns der Weg bringt. Oh. Hier riecht's doch schon wieder nach Spinnen oder so. Äh. Falsche Taste. Ähm. Ja. Gehen wir mal durch. Ja. 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 Aber warum? Die Stärken sind fertig. Niemand ist ein Traitor. Umbrella hat uns auf. Arrico! Traitor? Wer? Ja. Freunde ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr schon ne Vermutung habt wer der Verräter ist. Und wer auf Enrico gerade geschossen hat. Ähm. Oh. Ah. Ich hab die andere Winde. Jawoll. Äh. Lala. Prüfen wir einmal. Ja. Die hat sechs Acken. Äh. Sechs Ecken. Sechs Acken. Okay. Muss man nicht so ganz verstehen. Aber. Warte mal. Da war doch noch was. Oder? Oder sah das nur so aus? Ne. Der hat dann nichts mehr. Ja. Dann haben wir diesen Raum hier auch schon mal clean. Und wir können. Wow. Wow. Du Mist vier. Ui. Er schreckt mich nicht so wenn ich gerade am reden bin. Sagt das deinen Freunden auch. Ähm. Jetzt können wir nämlich die Winde da einsetzen. Wo wir. Wo ich das gerade schon mal versucht hab mit der anderen. Ähm. Was nicht so gut geklappt hat. Ich brauch jetzt hier eigentlich nur geradeaus durch. Und dann hier lang. Genau. Genau. Und dann haben wir es gleich auch schon. Jedenfalls das Problem mit der Winde. Oh. Da ist doch auch einer. Und der kommt auch wieder. Jawoll. Weck mit dir. Äh. Ja. Also ansonsten. lauern die jetzt schon unten in den. Äh. Katakomben auf mich. Äh. Habe ich irgendwas was ich. Erstmal weg packen kann. Äh. Boah. Ich hab nur noch. Insgesamt 13 Schrot. Schüsse. Das wird eine. Knackige Angelegenheit. Ähm. Gesund bin ich zum Glück noch. Ach. Genau. Da hab ich doch wieder. Watt vergessen. Verwenden. Ja. Das. Das läuft. Äh. Hier haben wir noch ein. Hier haben wir noch ein. Ein. Grünes Kraut. Ja. Bevor wir jetzt weiter gehen. Bringe ich das jetzt auch erstmal. Hier in die Kiste. Denn ich hab einmal eine komplette. Ja. So eine halbe Vollheilung mit. Äh. Äh. Und. Da brauche ich nicht so ein einzelnes grünes Kraut auch noch mitschüren. Ist nur unnötig Ballast. Ah. Ich. 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 bin am überlegen. Ob ich gleich. Oder ob ich das jetzt eventuell mal mache. Nochmal dahin. Zu dieser Leiter. Wo ich hier überhaupt runter gegangen bin. Denn. Ich vermisse irgendwie noch eine Karte. Äh. Mit einer Karte wäre das echt einfacher. Aber hier ist nix. Kriege ich die später vielleicht auch erst. Hm. Naja. Machen wir es ohne Karte. So. Was haben wir denn hier so schönes. Äh. Okay. Ach ne. Hier war das. Ein großer Felsbrock versperrt den Weg. Ah. Genau. So. Das war das wo ich ähm. Stehen geblieben bin. Nicht der andere. Aber auch schon krass ne. Die. Die. Die rennt. Zehn Meter. Und. Ist dann außer Puste. Äh. Was haben wir hier. Boah. Jackpot. Also. Wenn das Spiel mich nicht kennt. Dann weiß ich auch nicht. Äh. Da hinten haben wir jetzt noch einen Gang. Den werden wir jetzt noch abklappern. Müssen. Ich weiß was dahinter ist. Äh. Ich brauch das Messer. Äh. Ich brauch das Messer. Äh. Da muss ich lang. Oh scheiße. Äh. Ich will jetzt nicht allzu viel spoilern. Aber es wird gleich eklig. Sag ich euch jetzt so mal. Äh. Messer. No. Suchen. Wo hab ich das denn. Äh. Da haben wir es. Und ich werde nochmal. Speichern. Denn. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Überschreiben. Überschreiben. Und dann. Gehen wir gleich mal. Durch die große. Doppeltür. Ich meine dass das der Raum war. Äh. Ich bin mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher. Ich lass mich jetzt grad selber. Ein bisschen. Überraschen. Lauf ich jetzt hier richtig. Ne. Muss da lang. Ja. Da lauf ich richtig. Bitte lass es nicht der Raum sein. Doch es ist der Raum. So. Ähm. Ja. Ja. Oha. Ja. Da sind jetzt ein paar mehr. Boah. Weg mit euch. Ähm. Oh. Ja. Ja. Werden wir mal. Nehmen. Ja. Ich weiß auch gar nicht wie viel Schüsse die brauchen. Ja. Okay. Die eine ist Matsche. Ähm. Oh. Die andere ist auch Matsche ne. Würde ich mal sagen. Achso. Ich hätte das andere Messer gar nicht holen müssen. Hm. Muss ich jetzt die auch umbringen? Werde ich mal versuchen. Hä? Jo. Alter. Ich muss die auch umbringen. Ah. Oha. Scheiße. Na. Ja. Das lief ja jetzt. Ähm. Ich hoffe das ist jetzt auch die richtige. Tür. Wohle gerade lang. Gehe. Ne. Ähm. Macht jetzt aber auch nichts. Denn ich brauche keine zwei Messer. Das ist. Unnötig. Deswegen werde ich jetzt beide Messer wieder wegbringen. Ähm. Werd mir nur mal überlegen müssen was ich mache wenn ich keine Schraub Munition mehr habe. Denn ich sag's euch dann wird's echt knackig hier bei mir. Dann bin ich echt am Arsch. Oh man. Ne. Hier muss ich lang. So. Ich hoffe. Ich hoffe dass die Spinnen jetzt noch auf dem Boden liegen. Oder komplett weg sind. Und. Ich muss nochmal zurück. Ich brauche ja noch ein Messer hier. Ich bin jetzt an einer anderen Tür. Ach. So. Und schon wieder der falsche Weg. Da muss ich hin. So. Dann machen wir gleich noch das Schraub. Binnennetz auf. Äh. Schnitzen das so ein bisschen ein. Und. Dann. Gucken wir mal weiter. So. Jetzt nochmal zurück. den Weg kennen wir ja mittlerweile jetzt schon. ein Messer ausrüsten. Und dann läuft das hier auch eigentlich recht simpel. dann die wieder ausrüsten. Mal gucken wie weit ich mit den restlichen sieben Schuss jetzt noch komme. Und das sieht ja auch wieder so duster aus. Äh. Ah. hier haben wir Heilung. Äh. Und da ist die Karte. Jawoll. Wir haben die Karte. Ja. Sie haben die Karte. Wunderbar. Wie sieht es bei mir mit Heilung aus. Äh. Ich werde mir mal so ein. So ein. Was zusammengemischtes hier mitnehmen. Kann nicht schaden. Äh. So. Und dann. Gehen wir mal los. Was ist das hier? Muss ich hier irgendwie was einsetzen? Ach. Mit Sicherheit später. Oh. Das sieht doch. Das ist. Hier sind doch auch wieder irgendwelche Tiere unterwegs. Äh. Mann. Haben wir hier irgendwie was was wir einsammeln können müssen? Ja. Anscheinend wohl nicht. Hier. Da ist ein sechseckiges Loch. Na dann verwenden wir das doch mal. Ah. Ich weiß was ich jetzt hier machen muss. Ähm. Muss ich nochmal drehen. Denn ich brauche auf der linken Seite so ein kleines Loch. Wo ich mich gleich verstecken kann. Man sieht es auch schon an der Kameraperspektive jetzt. Dass da was ist. Äh. Dass da was ist. Und ich muss da nämlich rein. Dass mir nix passiert. So. Von da müsste der Wege jetzt safe sein. Dann gucke ich mal was es jetzt hier so schönes gibt. Hier haben wir jetzt auch noch so ein Heilspray. Und hier haben wir jetzt noch eine Tür. Aber Freunde. Bevor wir hier rein gehen machen wir noch ein Folgenpäuschen. Ähm. Lasst ein Abo da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst generell ein bisschen Liebe da. Dann schenke ich auch jedem ein bisschen Liebe zurück. Und ich hoffe das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Obwohl ich hier extrem los durch die Gegend marschiert bin. Äh. Ich denke mal das wird auch noch ein paar Mal öfter so passieren. Aber. Ich lerne ja daraus. Irgendwann spiele ich das nochmal durch. Und dann heißt es. Zack. 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 So und so wird es gemacht. Aber jetzt. Ähm. Ich bin halt noch in der Lernphase. Na. Schaut beim nächsten Mal einfach wieder rein. Bei Resident Evil. Und. Dann wird dir noch einen angenehmen Abend. Bis. Zum nächsten Mal. Ciao.